So, es ist 9.55 Uhr, genau 0 Grad, und ich würde sagen, lasst uns einfach mal ein bisschen durch Köln fahren. Junge, 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 was für ein Gebäude, ich lieb's. Ich sag's euch, es gibt nichts besseres, als einfach rauszugehen, aufs Fahrrad zu steigen und dann einfach durch die Stadt zu fahren. Ihr könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben, Leute, habt ihr Bock auf mehr GoPro-Videos, ich mach mir die Kamera drum, geh einfach aus dem Haus und leb einfach. Ich sag euch, BMX ist so viel mehr, es ist einfach Freiheit. Sagt mir einen schöneren Ort, den es in Deutschland gibt. Wahnsinn, es ist so kalt, Alter, aber die Temperatur hält uns nicht auf. Leben, Leben, Leben. Freunde, ich sag's euch. Alles was ihr macht, versucht es einfach zu genießen. Dieser Wind ist so eisig. Es gibt auf jeden Fall eine Erkenntnis, jetzt schon, der Frühling soll sich beeilen. Ich muss sagen, ich kann es gar nicht abwarten. Ich glaube noch nie war ein Winter so nervig, aber den schaffen wir auch noch Leute. Und dann geht es richtig ab. Jetzt wird Zeit für den Mönchel. Boah, bin ich schnell, Alter. Der sitzt immer gut, muss ich sagen. Köln, du bist geil. Boah, wir werden diese Woche etwas tun, was ich schon sehr, sehr lange machen wollte. Und zwar werde ich mir ein zweites BMX zusammenbauen aus meinen restlichen Teilen. Das kommt natürlich selbstverständlich als Video. Und dann habe ich einen Gast beim Mix und kann immer einen Kumpel mitnehmen. Und dann wird das Leben noch wilder. Aber dann wird das Leben noch etwas anderes verbunden. Ich bin wunderbar. Alter! Auf der Brücke war ich noch nie! Alter ist es rutschig! Tschüss! Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Kölle! Nice! Die kommende Bahn ist vereist! Also damit ihr das versteht, diese GoPro Videos, das wird nicht immer irgendwas mit, ich fahre einen Skatepack mit der GoPro und mache irgendwelche Tricks, Videos sein. Es ist so, ich nehme einfach die Kamera, mach die an, geh einfach raus und leb einfach! Genieß einfach jeden Moment! Wir fahren einfach ein bisschen durch Köln, wenn sich irgendwas anbietet, wo man irgendwas machen kann, springen kann, was weiß ich, machen wir das. Und sonst genießen wir einfach Leute, ist doch auch schön, oder? Also du hast doch gerne das Däubchen nach oben da für mehr. Ob es kalt ist? Ne, null! So, da unten ist ein Skatepark. Ich glaube, das werde ich mal kurz abchecken. Tchüss! Tchüss! Ich sag's euch bei dieser Temperatur, ich kann einfach nicht atmen. Auf die Fren! Auf die Fren! Auf die Fren! Auf die Fren! Ich sag's sein! angenehm war das jetzt nicht so ich brauch was zu trinken sonst kipp ich um hi das dann hier ist es Oh Oh Und hier ist der Lederpark Na, let's try In der Kette hängt da, dann sterbe ich Was ich vielleicht nochmal sagen sollte, dass ihr mir auf Instagram folgen müsst Leute Ganz wichtig, da kriegt ihr eigentlich alles mit, was bei mir im Leben passiert Und ich sag's mal so, ihr kann mir auch vorstellen, dass es dann im Frühling eventuell mal wieder eine BMX Verlosung gibt Also folgen lohnt sich Einfach Mo mit 3 Uhr Und da findet ihr mich So, das war eine wilde Reise Wenn's euch gefallen hat Freunde, ihr wisst wie immer Daumen hoch